Einladung, bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Entschuldigt vielmals. Verzeiht. Eurete. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden Ja, aber dann hättet ihr es gewusst Falls es hilft, es tut mir leid Ja, mir auch Schnellen Schnellen Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe Lied und Bride. Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls ihr es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentleman. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von fünf Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hathen, und gereicht uns zur Ehre. Geht dann wel. Geht dann, Hathen, und Gern Geht dann, Hathen, und manner sehen. Geht dann, Hathen, und angekommen. Geht dann, Hathen, und gleichidelity. Geht dann, Hathen und Gern.